so hallo ich melde mich hier aus china aus der verpackungshalle das sind alles fahrzeuge für uns sind alles cargo runners ausnahmslos das sind big modelle wie gesagt so werden die verpackt batteriesätze separat dächer separat und man sieht man es eine große menge die ab uns zu rollt wir wollen also lieferfähig sein und die fahrzeuge kommen jetzt alle das hier sind big modelle und auf der seite sind tausende und tausende und zweitausende und 2200 also das ganz neue ziemlich drei kategorien dazu aber später mehr und die fahrzeuge stehen alle parat sind schön verpackt ja sind schön und sauber verpackt und die batterien sind einzeln und die dächer sind auch einzeln und ganz wichtig auch für die dächer dass wir hier den schutz haben weil das problem ist eben die liegen übereinander und ein teil von denen drückt aufs nächste und jetzt haben wir eben mal verpackung zum siebten mal geändert aber jetzt scheint es zu passen jetzt haben wir hier eben styropor klötze drin und es wird nichts daran ändern dass wir immer noch kleine dällen im dach haben habe ich jetzt versucht mit denen zu besprechen stoß hier aber auf granit so ok also so schaut es aus und wir haben gute lieferfähigkeit von die fahrzeuge kommen dann in ungefähr zwei monaten bei uns an ende mai ende juni und dann sind wir voll lieferfähig so danke und tschüss bis zum nächsten mal